Ein wunderschönes Geschenk eines liebevollen Großvaters. Es ist schwer, mit dem Tod unserer Geliebten klarzukommen. Wir alle trauern um den Verlust und beten, dass ein Wunder geschieht. Doch wie so oft im Leben, gibt es kein Happy End. Ein Großvater wusste das und wollte aus diesem Grund seiner Familie ein wunderschönes Geschenk hinterlassen. Er machte ein Kissen aus seinem Lieblingshemd und stickte darauf seine letzte Nachricht. Dieses Hemd habe ich getragen. Wann du auch immer es umarmst, denke daran, ich bin bei dir. In Liebe, Opa. Auch wenn die Familie seinen Großvater unglaublich vermissen wird, sind es Geschenke wie diese, die diese schreckliche Zeit etwas erträglicher machen. Geliebte Menschen gehen und wir werden älter. Doch was bleibt, sind die Erinnerungen, die uns unser ganzes Leben lang begleiten. Denke daran, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir.